Guten Morgen, viele Grüße aus Kona. Mein Name ist Anselm Groda. Ich darf starten in der AK55. Qualifiziert habe ich mich in Südafrika letztes Jahr. Ja, und jetzt ist mir natürlich voller Anspannung, was hier alles abgeht. Es ist eine enorme Teilnehmerzahl vorhanden. Und für mich selbst habe ich eigentlich den Plan, relativ entspanntes Rennen anzugehen, vernünftig. Das Schwierigste kommt natürlich erst wieder hinten raus, die letzten 20 Kilometer. Und von daher hoffe ich, dass ich mich an meinem Plan halte und bin voller Erwartung, was am Samstag passieren wird. Schöne Zeit und viele Grüße. Oh ja, da sind wir in der Süddeutsch-Suite, die Fischlore. Kommt, wir können ihn über die Linie crossen. So, am Ende, du sprachst 3,8 Kilometer schneller als jemand anderes heute, aber du hast nicht den Hoala-Swimm gewonnen. Nein, nicht ganz. Ich versuchte, dass ich mich registriert habe, aber ich war ein bisschen late und Ironman wollte mir einen Platz geben. Ich fragte ein paar Projekte und sie sagten, dass ich einfach gehen kann, weil ich weiß, dass ein paar Leute das tun. Und ich denke, dass das See nicht von Ironman ist, also ich habe es gemacht. Und es war gut, ich fühle mich gut, ich setze mich schnell und ich dachte, dass jeder mit mir sein würde. Und das Turnaround war, ich war auf meinem eigenen, also es war gut. Aber nächste Woche, du hast ein Bitnummer? Ja, nächste Woche, für sicher. Und ich hoffe, ich hoffe, ich schwimmen wie das wieder. Aber, ja, ich bin nicht ein Schwimmer, also vielleicht habe ich nur ein Dolphin und schnell auf der Bühne gebracht. Was ist dein Zeitpunkt heute Morgen? 46.30 Uhr oder so, aber ich denke, dass ich ein bisschen schneller gehen kann, wenn ich nicht swerve. Wir können jetzt sehen, dass die Leute, die sie sehr viel deviieren, also es ist gut, dass wir eine Praktik-Swimmen machen können, so dass wir auf der Rätszeit ein bisschen besser werden können. Was wird dieser Zeitpunkt am nächsten Tag? Oh, ich hoffe, ich komme aus der Front und ich hoffe, ich komme mit so kleinen Leuten wie möglich. Das ist mein Ziel. Ich liebe es agressiv zu fahren und das ist meine Strategie für die Rätszeit. Du hast gehört, dass du eine neue Transition hast. Ich habe es nicht, nein. Ja, es wird aus dem großen Komponenten, es wird auf der Ali-E-Drive, in fronte aller Leute, und es könnte ein schöner Ruhe sein, wenn du zuerst rauskommst. Ja, genau. Ja, genau. Ich bin jetzt schon hier. Ich bin ein Neubi, also ich weiß nicht, wo die Transition ist, ich weiß nicht, wo alles ist. Ich bin immer noch auf der anderen Seite. Es war ein Freude und ich hoffe, dass ich jedes Jahr wieder zurückkehren. Jedes Jahr? Wie viele Jahre? Und wie viele Jahre wird es dauern, um es zuerst zu gewinnen? Das ist das Problem. Ich komme in, bis ich es zu gewinnen und dann kann ich es vielleicht geben. Aber ja, mein Ziel ist es nicht, ob es mir drei, fünf oder zehn Jahre dauert. Ich werde immer versuchen, und ich hoffe, es wird besser und besser. Good luck for Saturday. Thanks very much.